ah nein das wird das wird so geil weil es alles so spontan gleich ist 3 2 1 was geht ab meine freunde hier ist euer genia vogue und heute öffnen wir die rewards bzw ich werde die rewards ja nicht öffnen und zwar die süße hier und er werden die rewards öffnen habt ihr lust drauf ja das hätte ich gesagt aber super und zwar wir haben jetzt einmal wöchentlich gold 1 und monats rewards ich hoffe bringt mir glück wollte mir was gutes ziehen ja ok so pass auf da ist es da warte wir kriegen ein trikot und 50.000 und 200k packs so das kann weg und zwar werden jetzt drei stück wir machen das so wie folgt du ziehst eins stein zieht eins und dann zieht ihr eins zusammen ok so genau die packs sind das wer möchte zuerst möchtest du oder so ok dann musst du hier drauf drücken so erstes pack jungs erstes pack ich darf nur nicht schreien und erschrecken okay schon mal einen schlitz hast du gesehen schlitz und komm komm was gutes z2m eriksen der ist richtig gut 88 super sehr geil 88er walkout jungs guck mal wie er tanzt guck mal ja sehr 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 gut der kostet 60.000 sehr gut mäuschen super was haben wir noch drin und wir haben noch ein inform und und pereira wir gucken mal was er wert ist warte ich muss ein bisschen hier improvisieren so range bis 200k warte mal ja 60.000 mäuschen hast du gut gemacht 50.000 sehr gut sehr 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 gut ja jetzt bist du dran warte mal das rote macht ihr dann zusammen genau so das kann weg verkaufen machen genau und jetzt alles ins team so und jetzt darfst du hier drauf drücken stein drück mal hier drauf ja und komm schlitz 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 ja siehste erstmal auf den tisch schauen damit schlitz kommt oder und deutschland torwart baumann der upgrade 83 ist gut oder ist das gut ja das 100k pack war so lala ist okay ja können wir mit leben so alle mit in den fach ein geht genau und jetzt könnt ihr das eine pack zusammen so warte so pass auf versucht das mal irgendwie zusammen drauf zu drücken jungs ganz 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 wichtig wir brauchen packlack ja so 3 2 1 schlitz ja und komm wir müssen beten schlitz schlitz spaniens lv jordy alva 86 jahre sehr gut sehr gut der ist richtig stark ja der ist stark ist richtig gut und lokomor jignac pedersen und zelinski ihr habt ihr toll gemacht habt ihr richtig gut gemacht ja guck mal jordy alva ja der kostet normalerweise glaube ich 200.000 gut ja die dürfen jetzt nur nicht verkaufen oder können nicht verkaufen aber jordy alva ist schon nicht schlecht nehmen wir alle mit dem verein und lokomor 85 ist auch nicht schlecht so meine freunde das war es eigentlich nach hat euch spaß gemacht wie das auch spaß gemacht ja müsste jetzt ja müsste jetzt so meine freunde das war es ich hoffe euch das gefallen falls nicht gefallen hat natürlich däumchen auskommen die hauen schon ab däumchen nach oben natürlich wenn du neu auf dem kanal das würde ich mich natürlich freuen wenn du mich abonnieren würdest das war es für mir vielen dank und natürlich schreibt rein was ihr so gezogen hat vielen dank k3 tschau